Die elektrische Undercover KXR bei Rubitech. Ideales Trainingsbike, da klappt es auch mit dem Bauern, wenn man auf dem Feldenbitz trainieren will. Der Elektro-Kit kann wieder rückgerüstet werden, innerhalb wenigen Stunden, da wir nichts am Rahmen ändern, lediglich der Tank muss eins weiter besorgt werden, weil wir den öffnen müssen für irgendeinen Platz vom Akku. 4.000 Wattstunden entspricht ca. 1 Stunde, auch 1,5 geht es, je nach Fahrer. Leistung einstellbar von 5 kW bis 32 Peak, entspricht einer guten 2,50. Großer Vorteil, während der Fahrt kann man die Leistung auch noch anpassen. Hat verschiedene Modus, also 2 Settings kann man einstellen, einmal im Prinzip für 2 Fahrer, eins weniger aggressiv, eins mehr aggressiv und dann in den 2 Settings nochmal Leistung raus oder Bits dazugeben. Alles während der Fahrt, per Knopfdruck. Gewicht, 107 Kilo. Akku in ca. 2 Minuten, wer schnell ist, in 1 Minute gewechselt. Das heißt, Sitzbank weg, Tank weg, Akku raus, neuer Akku rein, Tank drauf, Sitzbank drauf, das war's. Wir bieten den Kit an, aber bei uns wird das alles eingebaut, da je nach Kawasaki immer ein paar Anpassungen nötig sind und wir das nur im Haus machen. Preis ca. 6.500 Watt inklusive Akku, 4.000 Wattstunden inklusive Einleitung von ca. 1 Stunde und inklusive Ladegerät. Preis ca. 3.000 Wattstunden inklusive Akku, 4.000 Wattstunden inklusive Akku, 4.000 Wattstunden inklusive Akku, 5.000 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 Wattstunden inklusive Akku, 5. Vielen Dank.